1500 Tage Europa. 1500 Tage Sprint für Europa, Sprint für Deutschland, Sprint für die Bürger in meiner Heimat und für die CDU. Im europäischen Parlament kümmere ich mich um Wirtschaft und Währung. Einer meiner größten persönlichen Erfolge war die Kryptomarktregulierung Mika. Mit Mika waren wir endlich mal weltweit Vorreiter. Wir haben uns in Gebiete vorgewagt, die nie zuvor Gegenstand politischer Debatte waren. Und als erster durchs Ziel gehen. Das muss unser Anspruch sein. Sieht man beispielsweise die Stärke Chinas oder die USA, die mit Milliarden Subventionen Investoren abzielen. Deshalb brauchen wir im europäischen Parlament vor allem Wirtschaftskompetenz, damit wir Europa attraktiv machen für Fachkräfte und für Industrieansiedlungen. Als Ökonom und als Politiker möchte ich Europa stärken. Den Industriestand auch attraktiver machen. Bürokratie abbauen und die Digitalisierung so gestalten, dass sie vor allem den Menschen nutzt. Ich habe viel von Europa profitiert und ich finde, unsere Kinder verdienen das Gleiche.